Eine Rückenmassage kann Wunder bewirken. Wohltuend, wirksam und schnell. Mit der Shiatsu Massage Matte MG 230 von Beura. Einfach aufzubauen und einfach zu bedienen. Klappen Sie die Matte auseinander und genießen Sie die Shiatsu Massage im Liegen. Drei unterschiedliche Massagefunktionen zeichnen die Matte aus. Bei der Shiatsu Massagefunktion bewegen sich vier rotierende Massageköpfe entlang der Wirbelsäule und ahmen die japanische Fingerdruckmassage nach. Eine zusätzliche Wärmefunktion sorgt für angenehme Entspannung. Die Rollingmassage massiert entlang der Wirbelsäule für eine effektive Massage. Die punktuelle Massage massiert genau dort, wo es Ihnen gut tut. Für die gezielte Massage. Der hochwertige Velourbezug ist abnehmbar und waschbar. Am Ende des Verwöhnprogramms ist die Massagematte einfach zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Entspannen leicht gemacht. Mit der Shiatsu Massagematte MG 230 von Beura. Mit der Shiatsu Massage. Mit der Shiatsu Massage. Mit der Shiatsu Massage.